Diese beiden Iranerinnen haben mehr Glück als Verstand. Einen persischen Popsong singend vergessen die beiden den Straßenverkehr komplett. Die Party endet für die Frauen im Krankenhaus. Das Video vom Unfall wurde schnell ein viraler Hit. Da sich viele Internet-User um das Wohl der Iranerinnen sorgten, folgte bald darauf ein Selfie aus dem Krankenbett. Verletzt, aber lebendig, zeigen die Frauen ein Peace-Zeichen in die Kamera. Bei so viel Fahrlässigkeit ist auch der Spott nicht weit. Vielfach wurden das Video und die Krankenhausfotos von hämischen Internet-Usern nachgestellt. Und die Moral von der Geschichte? Mach dein Selfie im Auto nicht.